Die harten Männer beim harten Training. Die Rednerbecks sind in die Football-Saison gestartet und haben am Sonntag ihr erstes Heimspiel in Erkna. Solange es Knochen und Muskeln hergeben, wollen sie in der Oberliga Nordost oben mitmischen. Das Ziel ist natürlich immer, die Saison als Sieger abzuschließen. Wir haben harte Gegner dieses Jahr. Die Bärs sind runtergerutscht, die Adler ebenso die Zweite. Das wird noch ein harter Brocken auf jeden Fall. Aber wir freuen uns drauf. Wir sind bereit. Und weil am Sonntag Muttertag ist, genießen alle Muttis das Heimspiel der Razorbacks bei freiem Eintritt.